Wann machst du eigentlich mal einen 24-Stunden-Stream? Naja, es hieß doch, dass... Wenn... Kann nicht richtig reden, Moment. Oh, guck mal, Pokémon Go, Feiertage, Teil 2. Hieß es nicht? Ach du Scheiße! Guck mal, Shiny! Nein! Ich hab's... Wuhu! Hä? Jetzt wollte ich doch grad meinen... Halt's, Raul, schreibt das da. Was? Loll, ne, Shiny. 161. Tja, 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 tja. Yo! There it is! Yo! Ja, aber jetzt müssen wir's erfangen. Ich wollte doch grad Geschenke machen, aber wenn ich's jetzt schnell eintüten kann, irgendwie... Warte mal. Wir probieren mal den Flottball. Und hoffen, dass es drinbleibt und wir's hinter uns haben, aber im Endeffekt... Yo! Es ist drin! Im ersten Ball! Das Shiny! Oder ist das immer im ersten Ball drin? Ich weiß nicht, wie das ist. Ich hab noch nie ein Shiny hier bekommen oder irgendwas gemacht. Ich hab noch nie ein Shiny gehuntet. Ist das wie bei den Legendären in Pokémon Go? Das so, wenn du Ball triffst, bleibt's drin? Oder können die auch rausbrechen? Ich hab keine Ahnung, ich spinn total, ich... Jetzt hab ich ja gar kein Ziel mehr für morgen. 161... Resets, sozusagen. Resets. Blutsport, Blutsport, ab heute geh ich Move-Mond. Fiel dich mit Weihnachts-Code. Weihnachten, es wird rot. Beim Schlachten bis zum Tod. Jo, 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 Funktionier. Ich ziele auf den Schlitten, heute stirbt Santa Claus. Jena füttert 12 Euro und 12 Cent an Adi. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Danke, danke, danke. Dankeschön, Shane Long. Dankeschön, Shania hier. Ich muss mir nochmal hier die... Dankeschön nochmal, Shane Long. Schon wieder hier alles, also das, was da hier rumgeflogen ist, das muss ich mir jetzt mal alles, also... Ach, krass, ach, krass. Wie unerwartet war das denn genau? Steht hier Shiny. Haha, lol, fresh. Wie unerwartet? Willst du mich verarschen oder so? Tobi. Was bist du bei 1200? 161. Seamus. Den müssen wir Seamus, müssen wir den nennen. Der kleine Seamus ist im Haus. Total verrückt, oder? Total verrückt. Eine Stunde 53. Danke an Pablo, dass der uns gezeigt hat, wie man da ja hinkommt, ne? An alle, die geglaubt haben, dass es das gar nicht als Shiny gibt, ne? Hallo? Soll ich's mal rausholen, oder was? Und da ist das Kleine. Guck's dir an. Weeeeee! Weeeeee! Seamus! Ich glaube, ich muss nochmal die Rematches machen gegen die ganzen Arena leider, mit Seamus im Team. Seamus, schnell! Komm mit! Ich habe hier nicht so viel Fläche zum Laufen. Seamus schaut zu dir herüber und nickt zu dir. Es ist so süß! Das fehlt noch in Pokémon GO. Ah, Junge, Junge, Junge. Ich habe keine Ahnung hier über irgendwelche Werte und Sachen und Tun und Machen und bla. Auf jeden Fall. Der ist drin. Das war's jetzt. Von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Peace out. Euer Ramses.